Ich habe mir das noch mal selbst reflektiert. Ich mache das einfach so, wenn sich mehrere Personen melden und wollen in die Schulen gehen, dann halte ich mich zurück. Also ich gehe da nur mit, wenn keiner richtig will oder nur eine Person. Man soll zu zweit sein und über den Frieden reden kann ich locker. Und was damit zusammenhängt, aus dem Hut mache ich sowas, brauche ich nichts ablesen. Und vor allen Dingen ist auch wichtig, wenn die Schülerinnen und Schüler deutlich jünger sind, dass die auch selber zu Wort kommen. Was verstehen die unter Frieden? Was verstehen die unter einer friedlichen Lebensweise? Das wäre ganz gut, dass man das nicht vergisst. Aber ich sicherlich nicht. Teilweise ist das hier mit Blumen geschmückt. Das ist ja das neue Pflegeheim. Kepler Stiftung. So, jetzt werde ich da mal die Einkäufe tätigen und dann laufe ich zurück. die oder andere sind manchmal. So, jetzt werde ich es nachdem.